und Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Together heute mit dem TNT Creepy Hallöchen und ich habe hier noch mit SamScoreboard gearbeitet was soll man machen nach mir und die Schilder sind jetzt dazu gekommen aber die zeige ich nachher noch mal ähm dann müsste ich mir auch hier was aufbauen glaube ich ja ein Bett und so kannst du dir auch bauen kannst... warte wir haben noch ein Haus da hinten steht noch eins siehst du das? ja da kannst du ruhig drin wohnen so und ich muss mal eben was umstellen so 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 Dann fahr' mich mal mit dem Holz. Soll ich dir mal Equipment machen? Kannst du gerne machen. Okay. Und da wollte ich auch noch mal drauf ansprechen. Leider ist mir Folge 12. Ist zwar nicht kaputt gegangen, aber die durfte ich nicht hochladen, da da Musik drin ist, die Copyright hat. Und leider hab ich davon... Ja, und ich hab das Backup vorher gelöscht. Äh, ja. Richtig ärgerlich. Ja, das kann ich verstehen. Ich mach dich mal lauter. Jetzt hör' ich dich nicht mehr besser. Okay. Und ich wundere, dass das grad' leicht leckt. Ich lad' mir Adventist noch ne weiter Folge hoch. Okay. Mach' ich auch grad. Boah. Muss sagen. Ich hab' sogar noch Essendich Depp. Boah. Ich hasse es. Hä? Hä? Ah. Kennst du das, wenn das nicht so klappt, wie es soll? Ja. 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 Ich hab's grad mal wieder. Und wieder. Mhm. 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 Okay, wow. Ein halb fertiges Haus. Fleischkomponkiste... Okay, äh, hast du schon ein Verzauberungstisch? Äh, ja. Äh, 1.8 Lapis? Ja, ne? So ein 1.8 Zäuber. Äh, ja, mal gucken, wo hab ich's denn... Sechs Lapis. Na, ich brauch zwei. Jo, ähm, ich mach mal eben aber noch mehr Verzauberungstisch und dafür brauch ich mein Leder von oben. Du hast hier auch nochmal zwei Leder drin, das weiß ich. Ja, dann bring mal. Ich hab hier zwei Leder. Ja, wir wissen nur, bist du immer ja hier. Bitte. Wie viele Tische braucht man denn? Wie? Äh, nicht Tische. Äh, hier Bücherregale. Äh... Für volle Verzauberung. Ich hab zwölf Stück. Alles. Einfach eine Reihe drum, das dürfte reichen. Ich hab 30. Tisch. Ja, also, das reicht dann auch. Gut. Ich würd sagen, hier ne Ecke. Hm, dann, genau. Genau. So, hier wird nicht der Tischen kommen. Okay. Warte, ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg. Okay. Ich wollte mich nochmal mal wieder machen. Okay, jetzt filmen wir natürlich genau... Ne, ne, ne. Ist alles, äh, sehr... Fürs schöne Aussehen, aber ansonsten... Ja, du kannst eigentlich die Bücherregale hinten in den Ecken rausnehmen. Stimmt. Ja, aber dann gehen die ja kaputt, egal. Ja. Nein. Ich bräuchte aber einen auf Level 1. Soviel Level hab ich noch. Ich hab 27. Äh, jetzt wollen wir lieber Dia-Sachen machen oder so. Ja, Dias kommen nachher auch noch. Äh, hast du nicht noch einen Versauberungstisch? Oder? Ich guck mal eben, ob ich noch einen bauen kann. Also haben... Bauen kannst du ein. Bauen kannst du ein. Ich hab kein Dia. Du hast keine... Du hast... Du hast... Kein... Warte, ich kann... Ich weiß, wo es welche gibt. Warte, ich... Setz mal kurz den Versauberungstisch um, damit ich das kurz machen kann. Und deswegen gleich wieder dann... So. Ach so. Gut, ich geh dann... Ich geh dann schon mal in Richtung... Dings. In Richtung Keller. Ja. Also nicht in Richtung... Also hier in Richtung Minenkeller. Da, da. Kannst ja gleich tippen. Ach ne, kannst ja noch nicht. Genau, Slash. Ach, ist hier mit TP? Besser? Du gehörst zum Team. Ach so, ja. Das ist nice. Dankeschön. Dann siehst du nämlich auch noch nicht von mir was cheatet. Du cheatest? Was? Bisher noch nicht. Ne? Äh, bringst du Fackeln mit? Äh, ich hab keine. Spawner gefunden. Echt? Nice. Fanny. Ich seh nur ne Wand, baue mich direkt rein. Plündung. Och, geht was drin ist. Okay. Okay, ja. Ach, genau. Ich hab noch das Diaschwert von gerade vom Test. Das ist mal hier drin. Wo ist die Höhle? Ähm, bring erst mal Fackeln mit. Fackeln. Äh, dann mach ich mir aus deinem... Blöcken. Ja. Dann mach ich jetzt Fackelblöcke. Ne, was. Wenn das geht. Nein, das geht nicht. So. Ich mein, mach ich den Blöck schon komplett zu. Ja, hab ich. Nein. So. Muss reichen. Und dann kannst du dich gleich einfach tippen. Ach so, okay. Okay. So, läuft mal eben aus. Ich mach mir jetzt erst mal nen Waypunch. Ich, ich geb dir, ich, ich geb dir erst mal Fackeln. So. Ich hab dir Fackeln hingesetzt. Der hast du gerade eingesammelt. Ach so. Oh, ist doch. So. Hä? Ich bin... Gut. Ich hab auch noch welche. Ein paar. Äh, ist hier was in der Küste drin? Ja, ein Tierschwert. Hab ich doch schon gesagt, dass ich das reingelegt hab. Ach so. Okay. Okay. Das ist dummes. Ich hab mir keine Blöcke mitgenommen und das ist auch nicht schlimm, oder? Warte. Ja. Was? Okay. Da oben sind Sachen und hier auch. Machst du noch mal einen zu? Ja. Ich schaff das. Oh nein. Oh Gott. Ich hab keine Blöcke. Das ist doofe. So. Ich komm nicht. Okay, hast du... Okay, du hast es schon gemacht. So. Wie lang... Wie lang... Ja, wie lang werden denn immer deine Folgen? 20. Fuck, ich hab auch vergessen auf die Uhr zu gucken. Ich sag dir schon, wenn Schluss ist. So 10 Minuten noch. Ja. Ja, ja. Und wir sind in Höhe 32. Ach so. Hashtag Karte. Hm. Okay, nice. Boah. Ich hab ein Smarag gefunden. Warum hast du Steine Quip? Steine? Ich hab überhaupt keine Quip. Hast du dir nicht grad was gegeben? Nein, du hast mir nur, äh, Schwert... Ich hab dir alles schon geworfen. Echt? Ja. Hab ich nicht aufgesammelt. Na scheiß drauf. Ich kann mich ja mal eben zurücktypen. Ich hab mich die Koordinaten vom Spawn. Okay. Und ich weiß nicht, welcher Mod das ist. Ich hab hier einen richtigen Grafik-Bugs. Dass er zwischen den Höhen richtig hell wird. Ach so, das ist, ähm... Ach, wie heißt er denn? Äh, 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 äh... Damage Indicator. Okay. Hm. Das stimmt hier am Strind. Und was kann man dagegen machen? Nichts. Wird das immer noch gepatcht? Äh, äh... Das weiß ich nicht. Aber, äh, wenn du's überhaupt nicht ertragen kannst, dann nimm den raus. Och, dann lass ich's drin. Nein, ist nur nervig zwischendurch für die Folgen. Jaja. Och. Verschwör sind 15, ja. Wir sind Höhe 15. Immer mich fragen, ich hab Karte. Okay. Okay. Beta PvP. Gut. Ich seh nämlich auch auf verkarte Lava, deswegen. Ah, okay. So, dann kommen wir uns mal hier rein. Ich benutze extra, äh, die Steinwerkzeuge. Oh, so. Höhe 11. Ach, und Diamanten. Warte, warte. 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 Willst du das Achievement haben? Hab ich doch schon, glaub ich. Warte. Warte. Warum nimmst du jetzt die Diamanten? Hahaha. Warum hast... Was hast du denn auf der Spitzhacke drauf? Das einzige, äh, äh, Halbarkeit und effizient. Ach so. Das ist ja egal. Ja, ja. Ich sammle immer hier Redstone ein. Kannst du machen. Ich, ich grab einfach den Gang und sag dir, wenn irgendwas Wichtiges kommt. Ja, du musst die verdienen, okay. So. Es wird sich nämlich auch beschwert, dass es bei mir immer zu dunkel ist. Echt? Ja, okay. Kann ich verstehen. Ach genau, Mr. Tube MC. Nein. Nicht, dass er so Twitter geschrieben hat. Ach so, du hast ja noch. Was hat er denn geschrieben? Warte. Ja. Gut. Guck mal bitte an die Decke bei mir. Ja, hätte ich eh gesehen. Ich sehe gerade nur einen riesigen Wasserfluss. Da würde ich auch mal in den Bein gucken. Hashtag Karte. Eigentlich bin ich jetzt entweder drunter oder drüber. Ah, da bist du wahrscheinlich... Ja, drunter. Drunter. Äh, drüber meine ich. Ah. Da ist aber, glaube ich, nichts Interessantes drin. Ich guck... Eine große Höhle? Äh, Wasserhöhle nur. Ist aber nichts Interessantes. Ah, okay. Gut. Das hier. Dias. Wo seid ihr? Ich hab schon gedacht. Hahaha. Wie nennen wir die Folge? Diarausch. Wenn es weitergeht. Wenn es weitergeht, ne. Äh, wenn es weitergeht, ne. Äh, oder zweite Dias oder sowas, irgendwas Interessantes. Du kannst ja das nehmen und immer mal ein bisschen an den Wänden kratzen. Okay. Gibt's ja was. Nur so im Drei-Block-Abstand. Strip-Mining. Jep. Ich mach jetzt aber auch nur einseitig dann. Okay. Ich hab ja X-Ray drin. Echt? Nein. Ich hab' gesagt, nicht schicken. Ja. Und versuch hier mal X-Ray reinzumachen. Dann sag ich, die ist sehr spannend. Nö. Automan. Ich hatte das nur mal auf meinem Server, wo ich ein bisschen gespielt hab mit anderen, weil ich die ein bisschen genervt habe. Oh, eine Höhle. Achso, ich hab' gedacht. Ja. Ja, stimmt. Achtung, Lava ist hier dann hier. Ganz viel. Ja, klar. Okay. Ja, ja. Ich seh's. Ich seh's auch auf der Karte. Und da ist Gold. Finde ich auch sehr interessant. So. Und noch mehr Gold. Was denkst du, wann sollen wir die Folge beenden? Äh, drei Minuten so. Okay. Ist zum Glück schnell gespeichert. Ich hab' nicht ne Zeit mit Camtasia aufgenommen. Jetzt mach' ich das auch mit Fraps. Äh, ich nehm' auch immer mit Fraps auf. Fraps ist gut. Ja, ich hab' nur extra eine Zeit mit Camtasia aufgenommen. Und ich hab' mein Wasser einmal vergessen. Egal. Dam, dam, dam. Ähm. Gut, hier in der Höhle gibt's nichts mehr wirklich Großes. Ja, warte, ich renne ja auch noch mal kurz einmal durch. Ich hab' auf jeden Fall einen schönen Gang gefunden. Ich hab' mir jetzt nur noch die Erze ein. Gold. Ja. Hab' ich auch. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns so langsam im nächsten Port. Jep. So. Und ciao. Und hier siehst du den Ablobanten, wo du dich kostenlos abonnieren kannst. Und das letzte Video. Schau mal rein. Ciao. Ciao.